News! Gute News! Acht Auer! Heute gehen wir zu Lötzebüch auf Kraut, für den Sascha Lux sein neues Haus besuchen. Das ist ein ganz besonderes Haus. Luca und dir! Ja, Moin! Christiano! Ja, wir sind heute Lötzebüch auf Kraut und wir besuchen den Sascha. Alle, hopp! Kommt mit! Ich schalte über den Sascha, obwohl ich nicht schalte raus. Sascha! Ja? Ah, Moin! Moin! Und hast du dich gerade abgewascht? Nee! Dann machen wir es aber gut. Dann kommen wir zu Sascha sein neues Haus. Wir sehen euch im Fernsehen an! Das ist ein besonderes Haus. Moin! Moin! Ah, wo hast du nur den Küchen? Hei! Und den Toiletten? Hei! Und den Stoff? Hei! Das heißt, dass ein Stoff macht alles. Nee, dass ein Stoff macht. Ja, Sascha! Und sonst geht das! Guck! Hei! Das sind hübsch jetzt! Also, hast du die Stücke zu trinken? Ja! Psychisch krank! Okay! Bisschen! Okay! Bisschen! Okay, Sascha! Ja, und was müsst ihr da los? Äh! Äh! Obhänger siehst du noch einen neuen Haus! Also! Siehst du noch einen Puppel? Ne! Was für leer ist denn dafür ein Haus? Hm! Das ist grängisch! Also! Ein bisschen stil! Ah! Ein gränger Müllcontainer! Das kann gut sehen! Also, dein Haus soll ein bisschen mehr größer gehen! Ja! Da kannst du eine Freundin kaufen! Oh, pardon! Nein! Nein! Da kann ich einen Stuf... ...mal ein CD-Fernseh dran holen! Okay, Sascha! Wir lassen dich nur weiter schlafen! Und Sascha, du bist auch ein bisschen? Ja! Wer dann? Puppel und Frappeln! Ah! Ganz spürt! Und dann soll ich denen, von denen man Puppel verkauft hat, Puppel aus, von den Gernen, an den Hügel! Ich kriege nicht dabei, ne? Du ein Neuthaus! Du bist auch ein Bastard! Cool! Dann, Sascha! Dann, wir lassen dich nur heute weiter schaffen! Ich arbeite! Adi! Wenn du alles gut bist für deinen neuen Container... ...den Geringen-Container... Ja! Und dann, Mama, hierzu und wir gehen vor! Adi! Adi! Adi, Sascha! Adi! Und... ...romm auf Disch, Christiano! Ja, Sascha! Du, Sascha! Das ist wirklich... ...ein Drabenhaus! Das ist ein ganz gutes Haus! Auf jeden Fall für Sascha! Maja, dann... ...hau das fertig! Bis morgen um 8 Uhr! Was machst du? Was machst du? Was machst du? Forts! Puuuu! Piiiää! Piiiä! Giii! Oh, du bist mot! Lass uns was schoss! Äff! Piii!